Als ich diese Woche mit dem Zug von Berlin nach Hamburg fuhr, dachte ich mir, hat er am Ende doch recht gehabt. Blühende Landschaften. Ja, später als er hofft, ich weiß. Und es ist noch längst nicht alles Gold. Aber ohne Grenzübertritt durch ein freies Land zu fahren, das muss ihn glücklich gemacht haben. Ein großer Staatsmann ist jemand, ohne dessen persönliches Handeln Geschichte anders verlaufen wäre. Helmut Kohl war zweifellos ein ganz großer. Aber wie nimmt man von so jemandem angemessen Abschied? Die schwierige Diskussion über die Trauerfeierlichkeiten hat leider tagelang die Aufmerksamkeit und die Zuneigung der Bevölkerung vom Werk des Verstorbenen abgelenkt. Der europäische Trauerakt war dann heute zum Glück ein sehr würdiger und bewegender Rahmen. Helmut Kohl hat im Tod noch einmal Menschen zusammengeführt und den Gedanken der Völkerverständigung ins Bewusstsein gerückt. Zusätzlich hätte ich mir einen deutschen Staatsakt für den Kanzler gewünscht, der in unserer Gesellschaft lange polarisiert hat. Denn es wäre Gelegenheit gewesen, ohne Heuchelei, Adieu und einfach Danke zu sagen. Doch Helmut Kohls Umfeld konnte das nicht. Im Bestreben, seinen Willen zu erfüllen, war man zu diesem versöhnlichen Akt nicht in der Lage. Das müssen wir nicht bewerten. Und wir sollten uns schon gar nicht einmischen in die Konflikte der Familie Kohl. Diese Konflikte und Traumata sind unpolitischer, als jahrelang geraunt wurde. Es sind familiäre Dramen, die privat sind. Also gebt den Kohls jetzt die Ruhe, die sie nie hatten. Alles andere diente nur denen, die nicht einmal heute die Größe haben zu respektieren, was dieser Mann geleistet hat, der fast sein gesamtes Leben für Deutschland und für den Frieden auf diesem Kontinent gegeben hat. Vielen Dank.